wenn ich nach irgendwas suche da wird ja auch kaum live stream angezeigt bei youtube eigentlich nie stimmt ja ist eigentlich nur wahrscheinlich um mit der eigenen community müssen was aufzubauen aber ist ganz cool ich weiß auf jeden fall jetzt wie es funktioniert und das ja auch schon mal gut kann man das noch mal ein bisschen ausbauen ich denke mal auch die videoaufnahmen sind am anfang immer noch am wichtigsten damit man überhaupt erstmal die möglichkeit hat der community aufzubauen aber ich wurde getroffen und ich werde beschossen wieder mit so einem ach da unten ist er ich habe ihn gesehen als sie nur blechpüchse ja genau ich erwischt super und verschießt noch auf mich ich sehe gar keinen hinter dir ist der scheiß teufel ja schießt auch auf dich wer das war ich ich habe gerade den zombie vor dir nochmal platt gemacht wasser teufel ja ich habe noch munition gefunden schießt du kann ja ich finde der soll sich hier verpissen jetzt drehen sie ja alle gerade am rad jetzt brenne ich hier diese zombies die kommen manchmal so angeschlichen oh da hinten explodiert was ok vorsicht da kommt einer links auf dich zu ja einfach runter oh da hat einer auf mich geballert ja oh ja scheiße ich sage da hattest recht aber es ist nur ein zweiter der irgendwie geballert hat ich sehe oh hast du einen platt nee oder ach also jetzt bin ich auch tot alter wie machen die das denn ich habe keine Ahnung ich wusste nicht mal von wo ne aber hat also